Gleich zu Beginn aber hier in dieses Studio, Herr Streeck, gibt gerade eine große Diskussion über die Frage Mundschutz, ja oder nein. Ich bin sehr gespannt, was Sie dazu sagen. Wie bewerten Sie das? Wir erleben hier, und das irritiert ehrlich gesagt nicht nur mich, wie sich so die Meinung ändert. Also von am Anfang bringt gar nichts bis hin zu nach 20 Minuten ist das Zeug eh durchfeuchtet und dann schützt das gar keinen mehr. Bis hin jetzt zu der Tendenz zu sagen, sollten wir vielleicht mal drüber reden und heute die Stadt Jena, die als erst den Mundschutz verpflichtend macht. Ja, man muss erst mal unterscheiden, über welche Mundschutze man redet. Wir reden jetzt nämlich nicht über die FFP3-Masken oder FFP2-Masken, das sind diese dicken Masken, die vielleicht sogar noch ein Ventil an der Seite haben, sondern den normalen OP-Mundschutz oder auch den selbstgenähten Mundschutz. Die WHO ist da sehr eindeutig. Die WHO, also Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt nicht für den täglichen Gebrauch einen Mundschutz. Und wir wissen auch, wie das Virus sich überträgt. Natürlich, wenn jemand Husten hat und eine Erkältung hat und schniefend durch die Straßen geht, dann ist es für ihn ratsam, einen Mundschutz zu tragen, damit er sein Gegenüber nicht infiziert. Also dieser Schutz ist dafür da, dass der andere sich nicht infizieren kann. Aber wir wissen auch, dass es eigentlich keine Übertragungen bisher, keine nachgewiesenen Übertragungen gibt. Zum Beispiel beim Einkaufen, es gibt keine nachgewiesenen Übertragungen beim Friseur. Und ich finde, für mich ist da das beste Beispiel zum Beispiel der Webasto-Fall. Der Autozulieferer aus Süddeutschland, aus Starnberg, glaube ich, war das Kreis Starnberg. Die Frau war ja sehr infektiös, wie es schien. Die kam mit dem Flieger rüber, hat im Hotel übernachtet, hat im Restaurant gegessen, vielleicht Einkäufe gemacht. Aber sie hat nur ganz spezifisch die Mitarbeiter in Webasto infiziert. Und auch auf dem Rückflug kam nicht die Meldung, dass es viele Infizierte gegeben hat. Darauf kann man schon rückschließen, alleine auf dieser Infektionskette, dass das Essen im Restaurant, dass das Arbeiten im Hotel nicht der Ort der Infektion eigentlich ist.